Ich heiße Kushi, ich bin 16 Jahre alt, bin ich in der solfte Klasse und ich komme aus India und wohne in Neudau. Deutschland für mich ist... Deutschland ist mein Traumstaat. Ich möchte da noch einmal gehen und ich vermisse die Leute, die Essen und so weiter. Die Unterschiede zwischen Indien und Deutschland ist, Deutschland ist sehr sauber und die Leute sind sehr pünktlich als Indien und die Bewölkung ist mehr in Indien als Deutschland. Ich lerne Deutsch, aber Deutsch ist sehr interessant und Deutsch ist mein Lieblingsfach und ich möchte nach Deutschland noch einmal gehen. Ich glaube, dass ich will Tänzerin werden da. Mein Lieblingsfach ist Tanzen, weil Tanzen meine Leidenschaft ist und manchmal ich tanze und deutsche Lied. Und ich möchte noch einmal gehen, diese Kurs machen. Ich möchte noch einmal gehen, diese Kurs machen.